Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Land Verschiede für euch in Dragonflight unterwegs und zwar würde ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten öffnen und zwar habe ich hier ein paar Kisten der großen Jagd und da wollen wir einmal reingucken, ob wir eventuell endlich mal das Pad drin haben. Ich habe jetzt schon einige Kisten aufgemacht und ja, so langsam wird es Zeit. Gut, ich würde sagen, starten wir einmal durch, fangen wir mit der epischen Kiste an und in der ersten haben wir nichts außer Ressourcen und hier diese komischen Trophäen, die brauche ich aber mit den Chars ehrlich gesagt nicht. Ah, ein T-Mock, ja gut, das nehme ich mit, das T-Mock. Ist das noch besser vom Item Level her? Ja, ist es tatsächlich, aber das zerstört meinen T-Mock hier von dem Hunter. Das ist einer der wenigen Chars, die mal getemockt sind. Okay, aber das legen wir auf jeden Fall dann mal an. Und ja, zumindest ein T-Mock, die kriegt besser als nix. Und jetzt schauen wir mal beim nächsten. Ich habe mit dem nämlich auch noch ein paar Kisten zusammengefarmt. Dann schauen wir mal Kiste Nummer 4. Äh, ein Trinket. Kiste Nummer 5. Ein Brust-Item, jetzt muss ich mal gucken, ist das besser? Ja, das ist sogar besser als das, was der Chars anhat. Perfekt. Und dann Nummer 6. Ach ja, ich sag's euch, wieder nix. Das heißt für mich, wir müssen noch mit zwei Chars einmal zu den Jagden und ein bisschen farmen. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir da gleich rein, ob das mit den nächsten Chars das wird. So, Udala, dann habe ich die nächsten Chars am Start. Und zwar haben wir wieder ein paar Kisten. Ich würde sagen, die machen wir auf und schauen mal. Ah, schau, mittlerweile hat All the Things auch den Unara-Begleiter bei den Kisten mit dabei stehen. Sogar bei allen drei. Wunderbar. Jetzt müsste er nur noch drin sein. Ah, okay, zumindest ein T-Mog. Kann ich das anlegen? Ist das besser? Ja, komm, das legen wir an. Easy. Ah, bitte. Neun Kisten und nix war's. Aber ich habe noch einen zweiten Char. Da haben wir einen. Ne. Na komm. Wieder nix. Da muss ich mal gucken, wie viele Chars ich noch habe. Also langsam gehen mir die Chars aus, ich sag's euch. Naja, mal gucken. Ich krieg's schon noch. Gut, das war's wieder mit dem kleinen Opening-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen, ja, hat mehr Glück als ich. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, da werde ich dann auch mal mein Pad rausziehen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.